Kapitel 2? Ja, dann teste ich jetzt mal, ob danach die Leute wieder leben. Also müssen wir tatsächlich ein ganzes Kapitel zu sein gespielt haben. Also ein ganzes großes Kapitel, was auch immer das ist. Ein Aufgabenbereich. Ein Level. Eine Kampagne. Lass uns schon wieder herumgucken. Nein. Du brauchst ein Landfahrzeug, um diese Zone zu betreten. Was ist ein Fahrzeug? Land. Schland. Schlandfahrzeug. Oh, der war nicht. Nicht mit dem Donkey. Nee. Da haben wir gerade zwei Donkeys. Ja, aber der ist cooler. Der fährt sich auch viel leichter. Ja, weil wir den Donkey mit Negativ-Handling ausgeschlossen haben. Ja, der war vorher schon sehr gut sein. Ja, und dann auch Negativ-Handling draufschmeißen. Super Idee. Ja. 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 So. Wow! Die schmeißen Scheiße auf die Scheiße! Ja, das ist das. Kann da auch nichts gegen den Kuh, glaube ich. Diese Tür ist harmonisch verschlossen. Triff die Glocken mit deinem Supercharger. Triff die Glocken mit deinem Supercharger. Dann geht die Tür auf. Dann geht die Tür auf. Dann geht die Tür auf. Das macht voll Wacke hier um zu heißen. AHHHHH! Geht nicht. Du musst jede der Glockenleuten um es zu öffnen. Eine? Eine Glocke. Okay. Hier. Da. Ja, ich weiß, wie sie da unten sind. Das ist der Glockenleuten. Ja. Ja. Da. Ja. Das ist der Glockenleuten. Und ja, das ist der Glockenleuten. Ja. Ja. Ich will das mal machen. Scheiß auf die Glockenleuten. Scheiß auf die Glockenleuten. Scheiß auf die Glockenleuten. Scheiß auf die Glockenleuten.